Danke, dass Sie mich zurückgebracht haben, Vavail. Dich zu danken, Danny. Ich komme immer wieder gern nach Mandalay. Was denken Sie? Wie wird es nun weitergehen? Wer weiß. Die Herren Geschworenen werden dem Ehrenwerten Maxim de Winter keinen Mordverdacht anhängen. Es sei denn, ein klarer Beweis zwingt Sie dazu. Vavail, Sie müssen weg. Nehmen Sie die Hintertür. Oh nein, denn ich bleibe. Ich habe noch etwas zu besprechen mit Mr. de Winter. Wie Sie wollen. Ich habe Sie gewarnt. Hey, Frith, altes Haus, bringen Sie mir ein Whisky-Soda. Was suchen Sie hier? Wer hat Sie hereingelassen? Oh, so energisch auf einmal. Wie schön, dass Sie sich erholt haben von Ihrem Schwächeanfall, Mrs. de Winter. Mein Mann wird gleich hier sein. Ich würde es nicht riskieren, ihm unter die Augen zu treten. Ach, wissen Sie! Ich riskiere es. Ich habe etwas sehr Wichtiges mit ihm zu besprechen. Was wollen Sie? Der getreue Frank. Der standhafte Keusche-Diener seines Herrn. Kommt Sie mit ihm.